Ja, ich bin Jannik Marns, ich bin 20 Jahre alt, Auszubildender im Vertrieb, im Großen Außenhandelsmanagement, heißt das ja seit 2020. Ja, also angefangen, natürlich alles rund um den Vertrieb ist natürlich meine Aufgabe als den Kamm, den Key Account Manager, zu unterstützen, Kataloge versenden, Telefonate führen, sind so die normalen Aufgaben mit noch vielleicht Angebote erstellen, Auftragsbestätigung. So ungefähr nach einem halben Jahr hat das so wirklich angefangen, sich eigene Leads dann zu ziehen, also eigene Anfragen zu bearbeiten und dann wirklich auch auf den Kunden zuzugehen. Ich denke, bei der D-Commerce einerseits besonders, dass sie natürlich jetzt auch, sieht man vielleicht nicht ganz so, weil ich jetzt einen Hintergrundfilter hier habe, aber dass ich natürlich von zu Hause auch viel arbeiten kann, was natürlich bei einem Unternehmen wie unserem, wo man natürlich auch Biokonferenztechnik, Medientechnik verkauft, dann bietet sich natürlich das Anwenderin, das eigene Unternehmen, das auch vormacht. Ja, vielleicht besonders ist auch noch, dass wir hier im Unternehmen ja eine Dudes-Kultur haben, heißt sogar mit dem Geschäftsführer vielleicht kurz per Du reden kann, das entspannt das natürlich. Ich bin so ungefähr einmal in der Woche bis einmal in zwei Wochen. Unternehmen heißt, wenn ich etwas aus dem Lager vielleicht raussuchen soll, was man da explizit danach braucht oder irgendwas testen soll von Geräten, ob die funktionieren. Normaler Tagesablauf ist bei mir so, dass ich dann zu Hause einfach mich an meinen Schreibtisch setze, meine ganzen Programme starte und dann natürlich dann erst mal die Mails bearbeite, die ich habe und dann noch einmal am Tag ein Meeting mit dem Vorgesetzten, wo man dann klären kann, was bedrückt einen, was habe ich gelernt, was habe ich für Fragen, damit auch wirklich diese Austausch und trotzdem stattfinden kann, dass man natürlich dann nicht alleine gelassen wird. Hast du Lust, eine Ausbildung bei der Dekom AG zu beginnen? Dann bewerb dich direkt jetzt hier bei uns. Möchtest du mehr rund um die Ausbildung bei der Dekom AG und über die Firma selbst erfahren? Besuch uns gerne auf unserer Webseite. Keine Nachrichten rund um die Firma, Berufe, Ausbildungen mehr verpassen? Follow uns jetzt. Ich bin Tatjana Leminski, verantworte ich für den Bereich Ausbildung und ich freue mich, dich im nächsten Bewerbungsinterview kennenzulernen.